jo leute was ist ab und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch zeigen wie man bei atlas pflanzen anpflanzen kann also seeds anpflanzen kann für das braucht ihr zwei drei sachen und das erste davon ist ihr braucht dünger wie man den macht sieht man ja da schon das erste und das fatsch oder tatsch besser gesagt und das zweite ist ein wasserreservoir zu dem komme ich gleich noch mal da muss ich wieder erwähnen da muss ich noch was erwähnen dazu und pipes das heißt so steinpipes steinrohre wenn ihr jetzt die zwei sachen habt könnt ihr zurück zu eurem beeten gehen und das wasserreservoir könnt ihr irgendwo hinsetzen das müsst ihr nicht unbedingt im wasser selber sein weil dieses wasserreservoir fängt den regen ab und dann speichert es den regen zu dem komme ich auch noch gleich aber wenn man jetzt die pipes hinsetzen möchte das ist so wie bei den wänden oder bei den türen man kann t drücken und dann kann man sie bearbeiten wenn man so ein ganz kleiner hin macht dann kann man wasser trinken oder auch bete besprühen aber mit dem geht es nicht so gut da erwischt ihr ja höchstens 1 wie man sieht kann man die auch verlängern so aber wir wollen das nicht so lang machen weil wir warten auf den regen weil wenn der regen kommt dann tut der regen gleich die beete mit füllen das heißt ihr braucht eigentlich dieses wasserreservoir nicht aber wenn ihr jetzt zum beispiel in der wüste seid oder so müsst ihr schon fast ein wasserreservoir machen weil da gibt es echt wenig wasser so die wasserleitung hätten wir gesetzt und jetzt können gehen wir rüber zu den seeds von denen habe ich ja natürlich schon zwei im inventar aber es gibt natürlich noch unmengen mehr es gibt mais kartoffeln es gibt radieschen es gibt wirklich richtig viele seeds auf was ihr achten müsst ist es gibt unterschiedliche erde das heißt am strand ist es andere erde als wenn man im land des inneren ist wenn ihr einen grünen unterboden habt dann ist es andere erde natürlich kann man den bohnen sieht nicht überall pflanzen weil wenn man sie im inventar schaut ist das alles so grün und genau da könnt ihr pflanzen müsst ihr ein bisschen durchlesen was für erde ihr braucht und wenn ihr diese kästen am boden macht dann steht da im kasten drin was für erde also auf was für erde sich der kasten befindet jetzt müsst ihr einfach schauen wo man boden anpflanzen kann übereinstimmt sieht man da auch nicht und hier drüben wo ich schon eine gepflanzt habe da ist andere erde als da oben muss man wirklich ein bisschen schauen sie ist noch ein bisschen kompliziert gemacht finde ich aber es ist auch wirklich realistisch gemacht weil meist kann man ja nicht in der wüste anpflanzen und ja leute ich hoffe euch hat das video gefallen lasst einen daumen nach oben wenn ihr neu auf dem kanal seid abonniert bitte den kanal aktiviert die glocke dass ihr kein einziges video mehr verpasst und man hört sich im neuen video wieder bye bye ich 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 Vielen Dank.